Martin und Guido sind beide Objektmanager und suchen neue Bauvorhaben für das nächste Jahr. Beide nutzen Lead-Datenbanken wie eBau, Building Radar oder Barbour Abi. Während Martin jedoch noch täglich alle Informationen in ein CRM-System importiert, bewertet und unbrauchbare Informationen mühsam aus seinem CRM-System löscht, drückt Guido lediglich einen Knopf, um alles weitere im Orbis Construction Hub in der Cloud zu machen. Guido freut sich, wie schnell das ging. Nun prüft Guido erstmal die Adressen der Beteiligten, den Architekt, den Planer und wo das Bauvorhaben überhaupt ist. Klasse, das passt! Nun noch prüfen, ob es im CRM nicht schon eine Dublette gibt. Auch nicht. Los geht der Vertriebsprozess. Guido ist glücklich mit dem Orbis Construction Hub. Er spart immens Zeit, seine IT ist auch happy, weil keine Unterstützung notwendig ist. In der Zeit, in der Martin noch seine Daten sortiert, hat Guido längst doppelt so viele Bauvorhaben durchgesehen und qualifiziert und kann Feierabend machen. Der Orbis Construction Hub in der Cloud kann sofort mit jedem CRM-System wie zum Beispiel SAP, Salesforce und Microsoft Dynamics verbunden werden. Seien Sie wie Guido! Sprechen Sie uns an! Redaktion Redaktion